Und sehr, sehr neu zuschauen bei der Küchenschlacht. Und Sie werden sehen, heute wird es ganz besonders spannend, denn wir haben für unsere Profis gleich zwei Dinge, die sie machen müssen, nämlich Hauptgrund des Her. Und dann werden wir das Dessert noch von jemandem vorgeben lassen, den sie alle sehr schätzen. Sie haben den wahrscheinlich letzte Woche schon gesehen. Denn letzte Woche war das gleiche System. Aber bevor wir soweit sind, möchte ich erst mal die Kollegen vorstellen. Ich bin sehr stolz, dass sie das machen für einen guten Zweck. Zunächst mal grüße ich ganz herzlich Martin Baudrechsel. Grüß dich, servus. Freut mich sehr, dich wiederzusehen. Du lachst, du freust dich, bist fröhlich. Herzlich willkommen. Ich bin gut drauf, ja. Dann freue ich mich sehr auf Mario Kodasco aus Köln. Auch er lacht, oder? Und Johann, hi. Nachdem Gäste seine beiden Eier im Koffer kaputt gegangen sind. Und wir freuen uns jetzt natürlich auf Ralf Zacherl aus Berlin. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie gesagt, heute wird es besonders spannend, besonders herausfordernd. Ich würde sagen, das ist viel Arbeit. Deswegen sage ich jetzt, an die Töpfe, fertig, los. So, ihr Lieben, ihr dürft loslegen. Und dann würde ich auch gerne Ihnen noch sagen, dass wieder Nelson Müller kommen wird. Der wird das Ganze beurteilen. Und ich würde auch gerne noch mal, da es um einen sozialen Zweck mit 3.000 Euro geht, Ihnen kurz mal den Stand der Punktewertung zeigen. Ja, und zwar haben wir hier, Sie sehen, an den ersten drei Tagen folgenden Punktestand. Ralf Zacherl hat 5 Punkte, Mario Kodaska hat 8 Punkte und der Herr Baudrechsel hat 5 Punkte, also 5, 5 und 8. Mal schauen, ist es noch alles möglich? Denn am letzten Tag, am Freitag, wie gesagt, morgen gibt es die doppelte Punkteanzahl. Dann kann sich der Stand noch mal komplett verändern. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Dessert. Ich freue mich sehr. Er darf ja leider nicht reisen, aber er hat auch letzte Woche schon die Aufgabe gestellt. Wir schalten jetzt nach Wien zu meinem Freund und Kollegen, zu Alexander Kumpner. Hallo zusammen. Lieber Alexander, grüß dich, wie geht's? Also, es geht mir sehr gut. Ich freue mich sehr, euch jetzt zu sehen. Und euch scheint es ja auch sehr gut zu gehen. Und ich darf ein Dessert vorgeben, lieber Johann. Ja, ich freue mich sehr. Ja, bitte, hört mal zu, bitte. Füße Sie sehr, ihr Lieben. Jetzt, was der Alexander euch jetzt vorgibt. Also, es gibt heute Omas Ramschmarrn. Das ist tatsächlich ein Gericht von meiner Oma mit karamellisierten Äpfeln und gerösteten Haselnüssen. Wieder etwas, was absolut machbar ist in 35 Minuten mit Hauptgang relativ schwierig. Wenn du mich jetzt fragst, was ist so der Unterschied zwischen Omas Ramschmarrn und einem normalen Kaiserschmarrn, ist es eigentlich das, dass es eben auf Sauerrahm- oder Schmandbasis ist. Das heißt, wir verwenden den Schmand und dadurch etwas weniger Mehl. Das hat den Vorteil, das ist nicht wie ein klassischer Kaiserschmarrn, sehr teigig, sondern eher luftiger, eher wie ein Soufflé. Es ist ein geringerer Mehlanteil, was ich persönlich viel besser finde. Aber der Nachteil ist natürlich, man kann ihn nicht ganz so schön karamellisieren, weil er viel leichter in sich zusammenfällt. Und er braucht auch, und das ist jetzt die große Schwierigkeit, viel mehr Aufmerksamkeit. Also das heißt, du hast die Kollegen so richtig jetzt herausgefordert damit. Es ist ein Schmarrn mit gewissen Hindernissen, oder? Es ist ein richtiger Schmarrn, wie du sagst. Ja, genau. Du schaust dir jetzt zu. Ich werde dich ab und zu mal fragen. Ich kenne das Rezept nicht. Ich bin gespannt, ob deine Oma damit glücklich wird oder du damit glücklich bist. Also jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und ich, liebe Zuschauer, darf Ihnen jetzt natürlich sagen, dass ich auch etwas vorbereitet habe. Zwar keinen Schmarrn. Ich mache so kleine Mohnpfannkuchen. Und dann gibt es das Ganze gefüllt mit so einer schönen Quarkcreme. Dazu gibt es Erdbeeren. Also auch ein Dessert. Aber bevor wir soweit sind, würde ich erstmal natürlich nochmal ganz herzlich die Hauptkandidaten begrüßen. Und ich freue mich, dass er sich heute wieder der Aufgabe stellt. Martin Baudrechsel, wie geht's? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mir geht's super. Was ist das Problem? Also Dessert stellt allgemein ein Problem da für mich. Warum? Das ist einfach nicht meine Stärke. Ich habe es noch nie Probe gekocht. Ich habe in meinem Leben schon ein paar Kaiserschmarrn gemacht. Ja, ich habe auch schon Sahne in Kaiserschmarrn getan. Es geht auch. Ich habe jetzt noch nie Schmand oder Sauerrahmen in Kaiserschmarrn getan. Aber ich denke mal, das verhält sich genauso. Ich meine, Kaiserschmarrn kriege ich noch hin. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass ich heute was auf den Teller kriege. Ob der Nelsen das toll findet, das ist die andere Frage. So, dann kommen wir zum Hauptgericht. Der Hauptanteil des Essens heute, was ist da genau bei dir auf dem Programm? Also ich habe einen Fisch mit, ich habe es jetzt genannt, Bolito Misto italienisch. Also wenn einem nichts einfällt, sag einfach Bolito Misto. Sondern ein Fleischeintopf eigentlich. Ja, genau. Ich mache jetzt einen Fisch, Fischeintopf mit Speck, mit Tomaten. Ich versuche gerade Speck auszulassen. Was ist denn das für ein Fisch, den du nimmst? Das ist ein Seeteufel, den ich da habe. Ja. Hier ein schönes Stück Seeteufel, den brate ich erst an. Zusammen mit dem Speck. Dann tue ich ihn auf die Seite. Dann gebe ich Fenchel dazu, ein bisschen Tomate, ein bisschen Schalotte, ein bisschen Brühe, Olivenöl. Und dann wird das Ganze, dann schiebe ich das in den Ofen, glaube ich, weil dann habe ich meine Ruhe und kann mich auf sie sehr konzentrieren. Also ein mediterranes Gericht, ein sehr schönes Frühlingsgericht. Mediterran, genau. Ja. Ja, da freuen wir uns sehr drauf. Schwierigkeitsgrad? Weiß nicht. Also Schwierigkeitsgrad mit 35 Minuten schwierig, sonst relativ einfach. Okay, dann wollen wir uns das anschauen. Wir freuen uns sehr, dass er erneut da ist und sich auch dieser Aufgabe stellt. Mario Kodaske aus Köln. Lieber Mario, was gibt es bei dir für ein Hauptgericht? Ich mache einen Rindfleisch-Eintopf und jetzt muss ich mich ganz dolle konzentrieren, dass ich das richtig ausspreche. Denn von meinem Freund, dem Dimi, habe ich es gelernt, der ist Grieche, Stifado. Ja, das kommt ja aus dem Italienischen und heißt der Schmorgericht oder Schmorbraten. Genau, und das hat man ursprünglich mit Wild gemacht. Ich habe das jetzt ein bisschen abgewandelt und gebe aber an Aromaten jetzt dazu, nachdem ich erst das Rindfleisch angebraten habe. Eine rote Zwiebel, ein bisschen Spitzpaprika, jetzt habe ich Fenchelsamen, Kümmel, Eiwar, diese Paprikapaste, und Tomatenmark dazu gegeben. Und dann hat er mir mitgegeben, der Ralf kennt den auch, wir haben da schon den ein oder anderen auch zusammen gekippt. Ich trinke Ouzo. Was trinkst du so? Genau. Und da kommt jetzt hier ein ordentlicher Schuss mit rein. Ach du meine Güte. Und jetzt ist das Geile, was ich mir ausgedacht habe, weil ich selber bewundere ja auch die Kandidaten immer, wenn die hier in 35 Minuten diese zwei Gerichte machen müssen. Jetzt kommt es in den Schnellkochtopf, Deckel drauf, und dann kann ich hier sozusagen unter, wenn es klappt, unter Druck operieren und habe jetzt die Hände gleich frei für das Dessert. Aber ich muss jetzt etwas sagen zur Ehrenrettung der Kandidaten sonst, gell, hier ist kein Schnellkochtopf nun mal alles erlaubt. Boah, habe ich ja richtig Glück gehabt, weil gestern hatte ich so viel Pech am Start des Morgens heute, wir machen die Ausnahme für den sozialen Zweck, okay? Okay, dann, ja, ich finde ja Glück was Tolles. Einzahlt noch vom Ramschmarrn, vom Alexander. Also ich habe ja schon für den Kaiser, wirklich für Roland Kaiser, habe ich ja schon live Kaiserschmarrn gemacht. Das war allerdings der ohne Sauerrahmen und da bin ich jetzt so ein bisschen unsicher, wie sich halt das Verhältnis von dem Eischnee in diesem schweren Grundteig dann, wie sich das ja verhalten wird oder ob es halt dementsprechend richtig schön fluffig aufgeht. Also prinzipiell ist es so, ich bin immer ein großer Fan, habe ich vorher schon gesagt, wenn wenig Mehl drinnen ist, man muss halt dann wirklich schön die Butter einmal aufschauen mit dem Schmarrn gut aufgeschlagen einkleiden lassen und dann schauen, dass er am Rand beginnt zu stocken. Dann schiebe ich den kurz ins Backrohr und wenn man ihn wackelt und er in der Mitte schön fest ist, aber eben nicht zu fest, dann zerteile ich den gar nicht großartig, sondern ich viertel die Masse maximal, gebe das dann in die zweite Pfanne mit ein bisschen Butter und ein bisschen Zucker und tue die nur leicht karamellisieren und zerreiße das maximal in zwei, drei große Stücke, also nicht in so kleine Fladen, die dann alle so klein und teigig sind. Ich versuche, da Volumen drin zu behalten. Eine Frage noch, das Verhältnis Mehl zu dem Sauerrahmen, wie viel ist das Verhältnis? Also ich habe 300, also so ein Becher ist es, Sauerrahmen und dann sind es so um die 80 Gramm Mehl. Man kann das aber auch bis zu 100 Gramm, wenn es schneller gehen muss, geht auch noch, aber ganz langsam auf dem Herd und dann im Backrohr stocken lassen. Habt ihr zugehört? Ja! Dann sag mal danke für den tollen Tipp. Danke für den tollen Tipp. Danke Alex. Lieber Ralf, jetzt bist du dran. Was gibt es für ein Hauptgericht? Ich mache einfach so ein Schlemmerfilet. Schlemmerfilet Bordelaises oder was? Ja, so ähnlich. Also ich habe jetzt im Endeffekt, ich habe hier wunderschönen Heilbutt, den habe ich mariniert, ein bisschen mit Zitronenabrieb, Limettenabrieb, hab auch ein bisschen Liebstöckel dran, hab ein bisschen Limettensaft dran, hab ein bisschen Wurstersauce dran, hab ein bisschen Estragon-Senf dran, hab ein paar Tomaten drübergelegt und einfach Pankobrösel. Dann kommt Butter drauf und dann geht es in den Ofen. Dann hoffe ich, dass es halt schön gratiniert ist und dazu gibt es einfach so ein bisschen roh mariniertes Wurzelwerk. Wir haben schöne kleine Kohlrabis da, wir haben ein paar Karotten da, wir haben ein paar Radieschen da. Wenn alles roh mariniert, ist was Schönes, Schlankes und dann habe ich mehr Zeit, mich um den Schmarrn zu kümmern. Ich habe den Alexander Kumpner, muss ich sagen, ich fand den immer toll, nett. Jetzt aber, seitdem er da mit seinem komischen Schmarrn um die Ecke kam, finde ich so, ich sage mal, alte Kollegenanscheißer. Da hätte er ja wohl auch ein bisschen was Einfacheres machen können. Liebe Zuschauer, Sie wissen jetzt ganz genau, was Sie erwartet. Bei den Hauptgerichten, Dessert, müssen ja alle das Gleiche vom Alexander machen. Und ich habe jetzt hier auch eine kleine, ja, ich sage mal, Überraschung für Sie, sondern ein kleines Dessert. Ich habe Gelatine in Wasser eingeweicht, im Kalten und habe das hier kurz auf dem Herd hier dann ein Blatt schmelzen lassen. Gebe jetzt dazu den Quark, denn das ist die Füllung für meine Mohnballatschinken oder Mohnpfannkuchen. Dann habe ich hier ein bisschen Zucker. So, dann habe ich hier ein bisschen Limonenschale oder auch Zitronenschale, je nachdem, was Sie gerne drin haben, an Geschmack. Wir verreiben das schön. So, dann tun wir das durchrühren. Sie sehen hier, die Gelatine zieht sofort an. Da muss man aufpassen, dass man das nicht zu lange stehen lässt, sonst wird das Ganze so ein bisschen zäh von der Masse her. Und jetzt tue ich diese Masse einfach, ich hatte so eine Schüssel vorbereitet hier genau, mit Eiswasser, stelle es da rein, damit die Masse schön fest wird. Das kann man jetzt hier stehen lassen. Da machen wir in der Zwischenzeit in aller Ruhe aus ganz wenigen Zutaten so ein Ballatschinken oder Pfannkuckenteig, indem ich hier Milch, dann, das ist hier Zucker, eine Prise Salz, Mohn gemahlen, dann Mehl reingebe, ein bisschen flüssige Butter, habe ich hier schon vorbereitet, so ganz wenig. Und dann habe ich hier noch ein Ei und dann mixe ich daraus diesen Teig und backe mir dann in Butterschmalz einfach ganz dünne Mohnballatschinken und die werden dann schön gefüllt mit der Mohncreme. Dazu gibt es Erdbeeren. So, wir wollen mal schauen, wie bei dir Bolito vom Fisch geht, Martin, bitte. Ich sehe das leider nicht von hier. Was machst du für das Hauptgericht? Da ist jetzt Fenchel drin, Fenchel-Charlotte, Bohnenkraut, Tomate, Pernot, Weißwein, Prise Salz. Dann habe ich Jakobsmuscheln dafür. Oder hatte ich. Jakobsmuscheln kommen rein, Speck kommt dazu und dann geht das Ganze in den Ofen und soll sich dann um sich selbst kümmern. Ein Topf ist natürlich auch schlau vor dem Hintergrund, dass man halt zwei Gerichte in derselben Zeit machen muss. Lieber Mario, was macht dein Gericht, sozusagen, dein Gulasch? Ja, das ist im Schnellkochtopf. Hier hat sich auch schon dementsprechend der Druck aufgebaut. Schmort sozusagen vor sich hin. Ja, da finde ich schon mal mutig, so zu schmoren in 35 Minuten. Cool, dass es eben diese mediterrane Komponente hat und natürlich auch wieder schlau, dass wir hier halt so eine Art Eintopfgericht haben. Aber, ja, das wird schon spannend, ob das Fleisch wirklich schön weich ist. Und jetzt, kann der Alex das jetzt sehen eigentlich hier? Der kann alles sehen, was du machst. Alex, muss das so ausschauen, der Ansatz, ohne Eiweiß, oder ist das zu flüssig? Alex, du bist gefragt. Hast du, ist der Zucker, das Eiweiß schon aufgeschlagen? Ja. Zeig mal her, wie viel hast du da bis drin? 60, 80 oder 100 Gramm Mehl? Das, was hier abgewogen war. 80. 80. Also, es sieht sehr... Also, ich gebe einen Tipp, ich gebe einen Tipp für alle, die das zu Hause auch nachmachen wollen. Wenn man jetzt im Stress ist, ja, nicht viel Zeit hat, dann würde ich mit dem Mehl immer eine Spur raufgehen. Das ist so eine Gefühlssache. Wenn man es wirklich perfekt machen möchte, dann würde ich dabei stehen bleiben, aber dann versuchen, das Mehl zu minimieren und wirklich den langsam zu flieren lassen. Ja, dann würde das passen. Aber du kannst da jetzt noch einen Löffel Mehl dazugeben. Ich finde nur, dieses Zuteigige immer von Nachteil. Bist du dir sicher, dass Sie das perfekt machen wollen? Ich überlege jetzt echt, was ich machen soll, weil es sieht eigentlich gut aus, finde ich. Ja, dann mach es so nicht. Dann gebe jetzt den Allschnitt runter und dann ist ganz wichtig, auch für die Zuschauer zu Hause, Butter aufschamen lassen, einkleiden lassen und dann nichts machen. Nicht herumrühren, nicht abschaben. Wichtig ist, bei mittlerer Hitze langsam stocken lassen und dann ins Backrohr. Und dann eben in einer zweiten Pfanne nur mehr langsam im Zuckerkaramell wenden. Okay. Also alle verstanden. Ralf. Das hört sich ja eigentlich gar nicht zu komplizieren, was der Alex da sagt. Das ist typisch österreichisch. Alles ist einfach. So, wie weit bist du mit deinem Hauptgericht? Schlemmerfilet? Du, ich bin da mit dem Hauptgericht noch gar nicht groß weitergekommen. Ja, warum? Ja, weil ich mich jetzt gerade um das tolle Rezept von meinem lieben Kollegen Alex kümmer. Ja. Und sehr fix, wo habe ich denn? Ah ja, Aber das ist, finde ich, sehr spannend zu sehen. Dreimal das gleiche Gericht und die drei Ergebnisse. Da bin ich mal gespannt. Man sagt ja nicht umsonst, viele Köche verderben den Brei. Mal schauen, wie der Schmarrn dann im Einzelnen aussehen wird. Ich bin gespannt, was Nelson Müller sagt. Ich finde es aber ein Dessert, was durchaus machbar ist, was Fallhüllen hat, weil natürlich Alexander da als Österreicher sicherlich bestimmte Vorstellungen hat, wie der so ein Ramschmarrn zu sein hat. Aber da haben die Jungs in dem Fall Glück, dass eben Alexander Kumpner nicht im Studio sitzt und probiert, sondern dass ich probiere und ich bin, was Schmarrn angeht, relativ leicht zu begeistern. Der Mario braucht ja heute keine Punkte, der hat ja schon acht. Ist nicht so schlimm, oder Mario? Wenn es heute mal daneben geht. Also, ich hätte schon gerne noch Punkte heute. Ja. Das ist ja schon so das Schöne, also, das ist ja mit einem Augenzwinkern alles zu verstehen und einer von uns darf dann diese 3000 Euro spenden. Das ist ja eigentlich toll genug, aber wir wären ja nicht umsonst, wir drei, wenn wir uns nicht gerne auch so in unserer Vergangenheit immer schon mal so ein bisschen gefrotzelt hätten. Ich erinnere mich dann immer noch gerne an die Abende, wo wir dann auf den Hotelzimmern saßen und gemeinsam Karten gespielt haben. Ja, ja, klar. Und am allerliebsten beim Kartenspielen hat dann immer nämlich der Ralf verloren. Aha. Der meint einfach nur so, weißt du, wenn ich verliere, dann ärgere ich mich, ja. Aber ich finde auch, es macht ja auch nicht Spaß zu gewinnen, wenn der Verlierer sich nicht ärgert. Deswegen bin ich halt eigentlich ein guter Verlierer. Der Ralf kann sich so toll ärgern, finde ich. Also habt ihr viele solche Sachen gemeinsam gemacht? Ja, würde ich schon, also würde ich wirklich sagen, wir waren ja wirklich durch die komplette Republik auch unterwegs. Das hat auch zu der einen oder anderen gemeinsamen Busreise geführt. Wir hatten so ein kleines Büsschen, so ein Van. und da haben wir natürlich auch, das war die Jungs zu machen, das ist das Foto hier, da schlaft ihr beide, oder wie? Ja, da sind wir ein bisschen am Ruhen, ja. Und da haben wir durchaus auch manchmal ein bisschen Blödsinn gemacht in diesem Bus hier. Ja, das ist doch richtig im Leben, das kann nicht alles so, ich meine, wir haben zurzeit doch eine schwierige Situation, ich finde, das muss alles natürlich auch seine Spaßzeiten haben, nach wie vor. So, Sie sehen hier meinen Pfannkuchen, der ist, ich habe schon einen im Tiefküller, den zweiten durch rein, ich muss ein bisschen jetzt das Ganze beschleunigen, damit der Mohnpfannkuchen abkühlt, denn die Füllung kann nur in die kalten Pfannkuchen rein, aber ansonsten läuft bei mir alles gut. Meine Creme ist etwas zu fest geworden, die tue ich nochmal ganz kurz hier so leicht draufstellen, dass nochmal das Ganze ein bisschen flüssig wird, die muss schön glatt sein und dann werde ich gleich anfangen, meinen ersten Pfannkuchen zu füllen, das ist wichtig, so. Hat von euch zufällig ein bisschen Sahne da, flüssige? Ja. Stell sie da vorne hin, ich hole sie mir, ja, danke für was. Die Creme ist so ein bisschen fest bei mir, muss ich ein bisschen flüssiger machen, geht gut mit Sahne. Ich habe dann einfach hier Erdbeeren, die werde ich jetzt halbieren, die Erdbeeren, und dann werde ich diese Erdbeeren marinieren mit ein bisschen schwarzem Johannisbechergelee, für alle, die so auch gerne Erdbeer-Torte machen, die kein Gelee wollen, so einen Tortenguss wollen, die nehmen einfach so wie ich hier, ein bisschen schwarzes Johannisbechergelee oder rotes, und dann kann man die Erdbeeren damit sehr schön marinieren, die haben einen tollen Glanz und das funktioniert wunderbar. Wie viele Hühner, Mario? Fantastisch. Wie viele Hühner wirst du demnächst in deinem Stall haben? Also ich habe ja momentan vier. Ja. Curry, Bertha, Yeti und Flocke heißen die. Und, und, ähm, der große Plan, natürlich ja auch jetzt in diesen Zeiten, man versucht sich ja so ein bisschen auch einfach mit den Kindern irgendwie zu Hause zu beschäftigen. Der große Plan läuft darauf hinaus, dass es demnächst zehn werden. Zehn Hühner? Zehn Hühner. Ich kann das wirklich nochmal wiederholen. Das ist so schön. Jedes Huhn legt jeden Tag ziemlich genau vormittags zwischen halb elf und halb zwölf ein Ei. Da sind die alle im Stall. Und dann gehen die halt raus und gehen einem hinterher und essen einem auch so ein bisschen aus der Hand. Und, äh, das ist eine sehr schöne, ein sehr schöner Ausgleich für mich, muss ich sagen. Ich glaube, dass die Hühner, ich weiß nicht, wenn ich es richtig genommen habe, fast jeden Tag ein Ei legen, gell? Richtig. Im Schnitt, glaube ich, 24, oder? Im Monat. Ich habe das noch nicht rausgekriegt, ob das sonntags auch mal zwei sind, aber es ist wirklich so, dass du da halt in den Stall gehst, morgens um halb neun, musst du immer ein bisschen kontrollieren, ist noch genug Wasser da, haben sie noch genug Futter? Ja. Da ist noch nichts drinne. Und dann so am, ja, am frühen Mittag, da liegen sie dann da drinne, die kleinen Dinger. So, meine Creme hat jetzt hier eine schöne Konsistenz, diese Quarkcreme mit dem Limonengeschmack. Einen Blatt Geladine kann man auch, wenn man das möchte, weglassen. du ich jetzt hier schön drauf streichen und dann du ich die einfach so vorsichtig hier einrollen und stell nachher die Röllchen kurz in den Tiefkühler, damit die Creme schön fest ist und ich diese Röllchen natürlich nachher gut schneiden kann. Hier. Alex in Wien, an was erinnert dich das hier? An wunderschöne Palatschinken. Ja, Topfenpalatschinken. Topfenpalatschinken mit einer Royal überbacken, herrlich. Aber ich muss dir ehrlich sagen, das Schönste bei Palatschinken oder Pfannkuchen sind klassische Palatschinken in Butterschmalz rausgebraten und dazu einfach nur eine säuerliche Marillenmarmelade. Mehr brauche ich gar nicht. Ja, genau. Finde ich auch. Ganz toll. So im Rudis Beißl zum Beispiel in Wien, das finde ich großartig und das ist eher ganz normale Palatschinken. Geil Wahnsinn. jetzt aber, vielleicht lieber Alex, schaust du mal genau zu, denn ich möchte mal von Martin einen kleinen Zwischenbescheid haben von dem Schmarrn aus Österreich vorgegeben. Wie schaut's aus? Mein Schmarrn ist hier. Alex, schau dir das genau an. Sag mir was dazu. Sag mal, ich sehe ihn leider nicht. Ich sehe nichts. Das ist der Schmarrn. Der ist jetzt unten schon ein bisschen karamellisiert. Jetzt lasse ich den stocken. Aber er ist schön souffliert, oder? Er ist souffliert. Ich hoffe, das ist richtig so. Ja, also man kann jetzt das auch ganz, das Ganze beschleunigen. Wenn der in der Mitte gestockt ist, zweite Pfanne aufstellen, Butter aufschäumen, Zucker reingeben, karamellisieren. Genau, das geht sich locker aus. Zweite Pfanne steht. Zucker rein, sagst du. Jawohl, danke, Alex. Für den Tipp. Butter und Zucker, genau. Und dann wird er nochmal gebraten. Aber dann dreh ich ihn um, oder? Umdrehen. Ich würde gleich die Pfanne so reinkippen, wie man das normal mit dem Teller macht. Dann hast du gleich die Oberseite karamellisiert. Und dann ganz vorsichtig zerreißen und ein-, zweimal wenden. Ein paar karamellisierte oder geröstete Nüsse mit der Microplane drüber reiben. Fertig. Flippst du den jetzt? Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen, der besticht den jetzt. Also hier, erstmal, Ralf, zeig du deinen Schmarrn. Wie ist denn deiner? Mein Schmarrn? Ja. Ist der ab schon im Ofen? Na klar, schau mal her. Also, ähm, Alex? Ja, ich bin hier, mein Lieber. Guckst du? Ja, bitte, ich bin dabei. Also ich habe nur die Hälfte der Masse eingefüllt, also der ist jetzt fast, ja, der ist hochgegangen. Jungs, er souffliert superschön. Und das ist eben das Besondere dabei, dass es nicht jetzt ein klassischer Kaiserschmarrn ist, sondern der sollte luftig sein. Und jetzt, das hört, der hat ihn schon in der Pfanne, genau, und jetzt vorsichtig nur zerreißen. Ich würde fast sagen, dass neun Minuten noch lange sind zum Karamellisieren, weil der natürlich jetzt in der Pfanne irrsinnig an Volumen wieder verliert. Aber was machen wir jetzt? Soll ich ihn zu früh aus? Soll ich ihn wieder zurück tun? Nein, um Gottes Willen, jetzt dreht's doch nicht alle durch. Macht's einfach. Okay. Schau mal an Uso, wenn du willst. Ja, ich trinke jetzt mal was hier. Mario, wie weit bist du denn mit dem Schmarrn? Ich habe jetzt ganz kurz die Orientierung verloren. Wo ist dein Schmarrn? Im Rohr. Das ist schon mal gut. Zeig den auch mal. Ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen Gas gegeben, was die Temperatur betrifft. Da können wir mal reingucken. Ich gucke mal. Gestockt ist der aber ja. Was sagst du dazu, Alex? Ich habe nur Angst, dass der jetzt gleich... Ich sehe es jetzt nur so von oben. Prinzipiell schaut er auch schön aus. Er ist vielleicht nicht ganz so aufgegangen. Ja, genau. Aber das ist egal, weil er verliert sowieso in der Pfanne an Volumen. Prinzipiell, glaube ich, ist das Timing, das, was jetzt entscheidet, welcher der beste wird. Okay, dann sind wir sehr gespannt. Und auf was kommt es jetzt an? Auf die Zeit. Wer wann den Schmarrn rausnimmt und bei wem am meisten zusammenfällt, oder? Genau. Ja, siehst du. Ist gar nicht so einfach, oder? So, Alex, danke schön. Jetzt haben wir erstmal einen kleinen Zwischenbestand. Oder Zwischenstand, nicht Bestand. Und hier haben wir jetzt die Erdbends schon mal. Sie sehen, ich habe die mariniert mit diesem dunklen Johannisbecherle. Und da kommen nachher noch schön diese Röllchen drauf mit dem Mohn und mit dem Quark. Und dann würde ich sagen, ist mein Dessert so gut wie fertig. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen im Tiefkühler, damit das gut zum Schneiden geht. Und ich würde jetzt mal gucken, was macht das rohe Gemüse? Genau, erklär mal kurz, Ralf, wie das geht, das rohe Gemüse? Nee, ich habe die Karotten jetzt einfach nur in Stifte geschnitten, habe die wirklich mit Salz und Zucker mariniert, habe ein bisschen Balsamico dazugegeben, ein bisschen gerösteten Koriander, ein bisschen Olivenöl. Und die sind jetzt so, dass die noch einen leichten Biss haben. Aber die sind auch jetzt nicht irgendwie ganz roh. Also durch das Öl wird das Gemüse ja so ein bisschen weich. Salz, Zucker, denaturiertes Gemüse auch. Und das hat trotzdem, obwohl es roh ist, einen sehr intensiven Geschmack. Und ein schöner Kontrast von der Kontur her bei dem Fisch, der dann etwas weicher ist. Genau. Und den Kohlrabi, den habe ich mit auch Salz, Zucker, Koriander und allerdings mit Zitronensaft ein bisschen mariniert. Kohlrabi-Blätter übrigens auch, sind sehr gesund. Oder Radieschenblätter auch. Ich hatte leider, nee, Kohlrabi-Blätter waren leider nicht viel da heute. Naja, aber das ist auch bei Radieschen. Ich weiß nicht, wer von euch hat Radieschen heute? Radieschen? Ich? Du, ja, Radieschenblätter übrigens. Nicht wegwerfen. Ich habe extrem viel Vitamin C und daraus kann man einen schönen Salat, Spinat machen und auch eine Suppe. Also ich mache das wahnsinnig gerne, aus Radieschenblättern eine Suppe. Das ist hervorragend. Es wird so leicht scharf von den scharfen Blättern da. Schmeckt hervorragend. So, Herr Kodaska guckt in die Luft und überlegt, was er machen soll oder wie? Also ich habe jetzt Folgendes. Hier habe ich jetzt nochmal diese, wie heißen die nochmal richtig, diese griechische Teigware. Ich muss mich auch jetzt hier anstrengen, das richtig auszuspielen. Kriteratinudeln oder so nicht? Krissaraki. Ja, Krissaraki. Genau, das sind so Reisnudeln. Genau. Das ist eigentlich eine ganz coole Beilage, finde ich. Bei mir, oder bei uns zu Hause, hat es den Vorteil, dass den beide Kinder gerne essen. Denn der Große isst nicht gerne Reis und die Kleine isst aber gerne Reis. Und die Dinger sind irgendwie so eine Mischung ja aus beidem. Jetzt habe ich nochmal hier Druck drauf gegeben und die müssten jetzt eigentlich in fünf Minuten fertig sein. Okay, das heißt, du hast, was hast denn dir Fleisch genommen? Das haben wir vorhin gar nicht erklärt. Ich habe Rindfleisch genommen und zwar auch richtig aus der Keule, was ja eigentlich wirklich ein Schmorstück ist, was sehr schön durchwachsen ist. Und deshalb habe ich auch diesen Topf genommen, weil das halt mit dem Druck einfach in der Kürze der Zeit schneller geht. Wenn man das ohne den Schnellkochtopf macht, geht es natürlich auch, aber dann ist die Garzeit halt um, ich glaube, verdrittelt worden. Aber jetzt kann man nicht aufmachen. Nee, müssen wir warten, gell? Jetzt müssen wir warten. Ich habe die Äpfelchen schon karamellisiert und habe hier schon Butter und Zucker in der Pfanne. Für den Schmaden. Ich muss jetzt diesen äußeren Ring nochmal mit anstellen. Ah, das hat sich überdreht. Den äußeren Ring mit anstellen und dann hoffen, dass ich das hier dann gleich richtig schön karamellisieren kann. Was ist das denn hier? Zachel am Limit. Was ist das? Äh, das nennt man Nebel. Oh. Da war nichts passiert. Guck mal, schöne Farbe, oder? Ja. Der Fisch könnte höchstens zu trocken sein, aber ansonsten ist der okay. Nö, nö, nö. Er hatte gerade 34 Grad Kärntemperatur. Ach gut, gut. Und wie viel muss er Kärntemperatur haben? Äh, ja, also ich hätte schon gerne so auf 58 Grad und dann bis er dann verkostet wird. Und der Schmaden, wir haben noch weniger als 5 Minuten und zwar 4 Minuten genau, Leute, jetzt. In 4 Minuten muss der Schmaden auch ... Oh, der sieht gut aus hier beim Ralf. Guckt mal hin. Schöne Farbe hat der. Super, der Ramschmann. Alex, was sagst du? Ich glaube, also beim Ralf ist das Timing, glaube ich, ziemlich am Punkt, was den Schmaden angeht. Ich würde, Ralf, darf ich einen Tipp geben? Ja. Ich würde fast die Hälfte, du brauchst ja eh nicht so viel, gib die Hälfte fast raus, dann kannst du die anderen schöner zerteilen und die haben mehr Platz zum Karamellisieren, weil so wird das jetzt eine Torte da drin. Äh, jawohl. Ach so, ist nur angedacht von mir. Nee, Alex, ich hab's genau, äh, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Weißt du, dann hast du mehr Platz, das zu zerteilen. Aber Alex, ey, ich will dir mal eins sagen, ihr Österreicher, so mit Mehlspeisen, da kennt ihr euch echt aus. Und deine Oma, ey, das ist ein Fuchs, ja? Also der sieht echt nicht schlecht aus. Superschön, äh, Volumen drinnen und jetzt nur leicht karamellisieren am Rand, dann haben wir innen den flaumigen Kern, außen ist er karamellisiert und herrlich. So. Sehr schön, guck mal, ihr werdet gelobt hier von eurem Kollegen aus Wien, ist doch Wahnsinn, oder, Jungs? Das ist Wahnsinn. Ja. Er legt mich am Ärmel, ey. So, super, oder? So, noch drei Minuten und wir schauen mal ganz kurz noch zu meinem Dessert. Ich bin nämlich jetzt fertig. Ich habe diese Mohnröllchen, die mittlerweile gekühlt sind, einfach geschnitten in so schräge Scheiben. Und Sie sehen hier, so schnell und einfach kann man mit Balatschinken, die gefüllt sind, mit Quarkcreme, ein Dessert zum Nachtisch machen. Natürlich das Verhältnis viel Erdbeeren, weniger Teig, sehr gesund. Ich wünsche viel Freude beim Nachmachen und ich denke, das kann auch jeder so machen. Also, mein Dessert ist fertig und jetzt konzentrieren wir uns auf Martin Baudrechle. Jetzt geht's nämlich in die Endanrichtephase, oder? Ja, ich bin schon dabei, meine Äpfel hier anzurichten. Äpfel wurden abglasiert mit Calvados. Zucker ist dabei, Butter, ein bisschen Zimt ist dabei. Ja, geht's eigentlich los? Ja, wir haben noch zwei Elf. Gleich wird ein Ton kommen. Oh, das ist der Schmarrn hier vom Elf. Dein Schmarrn ist schön, hm? Ja. Schöne Farbe hat der, gell? So, die letzten zwei Minuten. Nicht zu dunkel machen. Ja, ja. Da macht man immer Puderzucker drüber, wenn er zu dunkel ist, gell? Das ist der Schmarrn. Was sagst du, Alex? Gefällt's dir? Ja, ich sehe jetzt nicht so viel, weil das Bild relativ schnell... Ich würde jetzt den nicht so... Ralf, du hast so gut angefangen, jetzt du den nicht zu zerstören. Ja, aber ich sag, wir sollen auseinanderzupfen. Ja, auseinanderzupfen, aber nicht missbrauchen. Jawohl, Chef. Entschuldigung. Nee, ich bin ja kritikfähig. Das ist überhaupt kein Thema. Er schneidet ihn mit dem Messer auseinander. Das ist auch schön. So, Mario ist auch dabei, richtet schon an. Also, das Rezept stimmt, Alex. Gleich da oben. Die letzte Minute ist jetzt angebrochen, Leute. Jetzt kommt der Schmarrn jetzt von Martin, oder? Aus dem Ofen. Wie schaut der aus? Nee, das ist sein Fischeindopf. Von hier ist es so schwer zu sehen. Okay, sieht gut aus, oder? Alles gut, Alex? Nee, ich meine jetzt Martin. Bei mir ist alles super, danke. Ja, vor lauter Menschen im Studio ist es immer schwierig, alles was anzuhalten. Gut, das läuft. So, bei dir, was macht dein Gulasch? Es dampft ab. Ich habe das Dessert fertig. Bitte beeilt euch, die Zeit ist bald rum. Ne, haben wir jetzt die letzten zehn. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, und fertig. So, beim Ralf Zacher ist der Fisch angerichtet. Drei Hauptgänge, dreimal Dessert, ein Rezept von Alexander Kumpner, aber dreimal verschieden wahrscheinlich umgesetzt. Das könnte sehr spannend werden, und da freue ich mich drauf. Jetzt habe ich hier einmal den Topfenschmarrn à la Alexanders Oma. Bin ein bisschen enttäuscht, dass der jetzt wieder so gesunken ist. Der war nicht mal richtig schön souffliert, jetzt ist er wieder ein bisschen zusammengekracht. Und ich habe hier diesen Fischeintopf mit Venusmuscheln, mit Fenchel, Speck, Safran, dann so ein bisschen wilder Brokkolis mit dabei. Ist alles gut gelungen? Ich bin sehr zufrieden, also mit dem Fisch bin ich sehr zufrieden, mit dem Schmarrn jetzt nicht mehr so, weil er, wie gesagt, wirklich an Luft gewonnen hat, und Timing war jetzt gerade nicht meine Stärke. Du meinst, an Luft verloren hat. An Luft verloren hat. Wir machen weiter mit Mario. Ja, also man sieht, glaube ich, auch ganz deutlich, warum diese Sendung hier die Küchenschlacht heißt. Auch bei uns Profis sieht es echt aus wie bei Louis Trenker im Rucksack. Ich bin aber mit dem Schmarrn vom Alex eigentlich ganz zufrieden. Der Rindfleisch-Eintopf hat auch, das Rindfleisch ist weich, die Nudeln sind auf dem Punkt. Ich habe jetzt nicht mehr geschafft, nochmal final da nachzuschmecken, ob es eventuell ein bisschen schärfer noch braucht. Aber worüber ich mich sehr freue, sind meine gebrannten Haselnüsse. Oh. Ja. Sehr gut. Und wir kommen zu Ralf. Tja, ich habe jetzt hier das Schlemmerfilet. Auch wenn es ein bisschen geraucht hat, glaube ich, dass der Garpunkt noch einigermaßen erwischt worden ist. Der Schmarrn, ja, das ist genauso wie bei Martin. Also der war so hoch und jetzt ist er halt, ja, das ist halt so eine Geschichte, die musst du halt gleich essen. Aber ich finde der Teller, also ey, das sieht ja sexy aus. Respekt. Sehr gut. Also Ralf ist schon mal begeistert. Ob er auch begeistert, ob es ihm schmeckt, ob Alexander in Wien auch mit dem Ergebnis zufrieden ist, das werden wir gleich feststellen. Wir freuen uns sehr, dass dieser Mann, der das beurteilen kann, jetzt schon vor der Tür steht. Herzlich willkommen. Hier ist Nelson Müller. Moin, moin. Moin. Ja. Lieber Nelson, hallo. Jawohl. Lieber Johann, ich war irgendwann mal, irgendwann war ich mal im Kraftraum vom Deutschlandachter, von den Rudern. Ja. Und da roch es sehr streng, nach sehr viel Arbeit und Schweiß. Genauso riecht es heute auch. Ist da irgendwas dran? Ja, ja. Also es ist schon heftig, kann ich dir sagen. Dann noch ein fremdes Rezept aus Österreich, von Alexander. Es ist nicht einfach. Aber es schaut sehr gut aus, muss ich sagen. Also ein tolles Restaurant, in das ich hier jeden Tag hier einkehren darf, diese Woche. Bolito Misto mit Seeteufel. Omas Rahmschmarrn mit karamellisierten Äpfeln und gerösteten Haselnüssen. Das gibt es jetzt heute dreimal. Und ja, pass auf, dann fange ich jetzt einfach beim Dessert mal an, oder? Der kann ja ein bisschen zusammenfallen. Und probiere jetzt hier mal. Ja, probiere mal alle drei. Hier sind so zwei Stücke einfach nur so ein bisschen. Also ich gehe aber mal rein und das ist furchtbar zart und fluffig. Das ist böse. Das ist auf jeden Fall eine Oma, die man nicht nur wegen dem 10-Euro-Schein besucht, sondern vor allem wegen dem Kaiserschmarrn-Rezept. Also toll. Richtig schön hier. Richtig schön fluffig. Zwar nur so zwei Stücke, aber das finde ich egal, wie das jetzt zerteilt ist. Hier haben wir mehr Röstaromen. Bei dem Kaiserschmarrn bei Rot, im Gegensatz zu Orange. Hier gehe ich mal rein. Ist ein bisschen mehr zusammen... Ah, nee, ich dachte gerade, ob es ein bisschen mehr zusammengefallen ist, aber es ist einfach nur ein bisschen stärker geröstet. Ähnlich fluffig. Bei Orange fast noch ein bisschen schöner. Auch die Äpfel da ohne Schale, hier mit Schale. Bei Orange ein bisschen mehr so geschmort, karamellisiert. Jetzt hier bei Grün. Hier ist aber ein bisschen zusammengefallen, der Kaiserschmarrn. Ja. Ist mit Puderzucker bestäubt, aber es ist mit Schmarrn auch. Mit viel Rahm. Ich war jetzt überall schnell. Hier finde ich, ist er ein bisschen weniger fluffig und weich. Der Kaiserschmarrn ist bei Orange am allerbesten. Dann bei Rot nicht schlecht. Bei Grün ist er auch gut, aber fällt ein bisschen ab zu den anderen. Also bis jetzt ist Orange in Führung, ja? Ja, Orange ist der Kaiserschmarrn am besten gelungen, muss ich sagen. Gut, dann kommen wir zu den Hauptgerichten. Ja, ich bleibe direkt bei Grün. Hier haben wir einen griechischen Rindertopf, Stifado, Stifado-Style. Stifado. Ist das der Stiefvater oder was ist Stifado? Nee, das heißt, das kommt aus dem Italienischen, heißt Schmorgericht. Ah ja, okay. Aber Schmoren in 35 Minuten, das ist natürlich, das muss man auch erst mal machen. Und es geht. Es geht. Es geht. Das ist weit. Das ist eine besondere Kuh wahrscheinlich. Was wurde da für ein Rind genommen? Wurde die weit geritten? Das ist sogar ein Stück von der Keule, das ist kein Witz. Das ist echt gut. Aber man muss fairerweise sagen, dass im Gegensatz zu unseren normalen Kandidaten und Anführungszeichen haben wir hier jetzt einen Schnellkochtopf verwendet. Okay, weil sonst wäre das auch nicht möglich. Aber es geht. Es geht. Man merkt natürlich schon, dass so ein bisschen der Wumms des langen Schmorens so ein bisschen fehlt. Das merkt man schon. Aber Respekt, das ist lecker, es ist toll. Es hat auch eine gewisse Rustikalität, muss ich sagen. Na schön mit dem Käse hier nochmal, mit dem Feta und Paprika hier gemacht. Die Risoni hier, diese kleinen Nüdelchen da. Reisnudeln. Oliven hier noch. Bestimmt eine Kalamatta-Oliven. Ja, das ist schon ein bisschen Urlaub hier. Schön gemacht. Ich gehe mal weiter. Das ist ähnlich, ähnlich Urlaubsfeeling hier mit Bolito Misto, mit Seeteufel. Da gehe ich direkt mal an den Fisch, der hier in der Mitte so prominent liegt. Ich klaue mir nochmal ein Messer. Der ist so, der ist aber toll gebaten. Also hier sieht man richtig schön, wenn man da, wenn man mal hier so direkt da so reinfährt ins Fleisch. Also das ist natürlich fantastisch. Da gehe ich nochmal hier direkt rein. Toll gegart. Mit so einer Art Safransut. Boah, ist da Power dran. Mit dem wilden Brokkol hier zusammen. Da freut sich jetzt jemand wahrscheinlich. Boah, da ist ordentlich Power dran. Total lecker. Ja, richtig schön. Macht richtig Spaß, der Teller. Toll gemacht, bravo. Und jetzt sind wir hier bei Rot. Da haben wir ein Schlemmerfilet auf roh mariniertem Wurzelwerk. Ja, das sieht anders aus, als das bei mir im Tiefkühlschrank. Das Schlemmerfilet. Das ist hier keine Auftau, sondern das ist eine Kochsendung hier. Ja, ja. Das ist schon, jetzt gehe ich auch mal hier. Schöne Kruste und aber auch ein perfekter Garpunkt hier. Die Lamellen lassen sich so schön auseinandernehmen. Toll. Was haben wir hier? Kohlrabi oder? Kohlrabi, roh mariniert und Karotten auch. Rohes Gemüse. Das ist cool. Das gibt eine schöne Frische dazu. Das ist irgendwie witzig gemacht. So süße Salz, Säure und vor allem schön angerichtet. Ganz viel Aromenspiel. Da geht richtig der Punk ab. Hier ist so eine Tomate noch mit oben drauf und allerlei Kräuter. Also auch so ein bisschen mediterran gewürzt. Bisschen Röstaromen hier oben drauf, muss ich sagen. Finde ich aber jetzt nicht störend, aber man merkt sie. Und ja, ich lege jetzt mal die Karten hier runter. Und ich gehe zum Pult. Und misse sie neu. Und werde jetzt hier wieder mit großer Zuversicht und Freude die Punkte notieren. Mal schauen, wie das Ganze aussieht vor dem Finaltag. So, wer kriegt drei oder eins? Ja, ich habe eine ganz klare Nummer drei heute. Der beste Kaiserschmarrn und ein Gericht, was einem richtig Energie gibt und wo man den Tag richtig gut bestreiten kann. Das ist hier bei Orange. Das ist für mich absolut Nummer drei heute. Tagessieger richtig toll gemacht. Drei Punkte gibt es für Martin Baudrechsel. Lieber Martin, Glückwunsch! Danke. Und Nummer zwei geht hier an den zweitbesten Kaiserschmarrn und wo eben auch der Hauptgang wirklich sehr schön gearbeitet wurde. Hier bei Grün auch viel Arbeit. Wahnsinn mit dem Schmorgericht. Auch lecker. Aber das ist natürlich dann doch vielleicht doch ein bisschen eine Frage der Zeit. Und hier der Kaiserschmarrn ist nicht ganz so fluffig wie die anderen. Auch schön. Und mit den Haselnüssen, das ist nah beieinander, aber kriegt halt heute die Eins. Eins. Okay, also Mario eins, Ralf zwei. Also es ist wahnsinnig spannend. Jetzt wollen wir noch ganz kurz zu unserem Kollegen nach Wien schalten. Uns bedanken. Alexander, herzlichen Dank. Wie geht es jetzt weiter bei dir? Viel Arbeit. Ja, ich gehe jetzt tatsächlich gleich wieder auf die Baustelle und werde das in Hamburg bei euch natürlich weiter verfolgen. Liebe Grüße an euch alle. Ja, bleibt gesund. Und Sie auch, liebe Zuschauer. Bleiben gesund. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war die Küchenschlacht für heute. Wir sehen uns morgen beim großen Finale mit der doppelten Punktezahl. Es ist alles möglich. Schönen Nachmittag. Tschüss. Musik 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 Musik